Hallo Freunde, also heute sprechen wir über die Kausalität, ja, der Kausalsatz, le rapport de cause, das veut dire la cause et la conséquence. Es gibt Kausalkonjunktionen, weil und den, aber auch Kausaladverbien, deswegen, deshalb, daher und darum. Jetzt geht es um Kausalkonjunktionen. Commençons par les deux Kausalkonjunktionen, weil und den. Par exemple, ich bin glücklich, c'est la conséquence, c'est le résultat. Warum bist du glücklich? Pourquoi? Donc, la cause, der Grund dafür, ich habe die beste Note bekommen, j'ai eu la meilleure Note, ja. Alors, la première possibilité, ich bin glücklich, je suis heureux, weil ich die beste Note bekommen habe. Ok, donc, weil, c'est la Conjonction de Kaus, elle exige que le Verb soit à la fin. Donc, mit weil, das Verb wird am Satzende gestellt. Weil ich die beste Note bekommen habe. Zweitens, ich bin glücklich, den, ich habe die beste Note bekommen. Donc, avec la Conjonction den, le Verb se met à la deuxième position. Donc, den, ich habe die beste Note bekommen. Ok, donc, weil und den, c'est des synonymes, en le même sens. Mais, avec weil, le Verb se met à la fin. Et avec den, le Verb se met à la deuxième position. Et les deux expriment la CAUSE.